Heute geht es um ein Thema, ein Tabuthema, über das die wenigsten sprechen, die meisten wissen aber, dass es alltäglich ist. Und zwar geht es um das Thema Doping, nicht nur im Profisport, sondern auch im Breitensport. Sprich nicht nur dort, wo das Geld damit verdient wird, sondern auch im Privatbereich, wo es eigentlich um ganz andere Dinge geht. Mein Name ist Christian Rohrhofer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ROCK TV und wir kümmern uns heute um ein Thema, das ich eigentlich sehr lange nicht am Schirm hatte. Bert und Norbert sind schon mit dabei, freut mich, servus. Das Thema Doping war nie ein Thema. Ich habe früher, als ich mit dem Bodybuilding begann, natürlich kommt man irgendwo mit dem in Kontakt, aber es war für mich nie ein Thema, dass ich sage, das muss ich selbst machen. Ich hatte nie Wettkampfambitionen im Sinne von Bühnen, Bodybuilding oder ähnliches. Von daher bin ich da wieder relativ schnell weggekommen. Servus, Alex ist auch mit dabei, freut mich. Und darum hat es mich gefreut, dass ich vor einiger Zeit die Frage begonnen habe, Chris, was ist eigentlich deine Meinung zum Thema Doping? Was steht denn da dahinter? Und das habe ich zum Anlass genommen, dass ich heute mal das Ganze da ein bisschen näher beleuchte. Das extrem Spannende ist einfach beim Doping, die meisten Leute wissen es, wir bekommen das regelmäßig in den News mitgeteilt. Beispielsweise, ich habe diesen Kollegen da mitgebracht, der Lance Armstrong, der ja, ich glaube, 20 Mal geleugnet hat, dass er irgendwelche leistungssteigernden Substanzen verwendet. Und dann bei der berühmt-berüchtigten Show bei der Oprah Winfrey hat er dann in Tränen zubegeben, dass er dann doch leistungssteigernde Substanzen über die ganzen letzten Jahre genommen hat und das Ganze riesig organisiert ist. Dominik ist auch mit dabei, Servus, freut mich. Ja, und das ist eines der großen Beispiele, was im Doping alles falsch läuft. Und der gute Herr hat, glaube ich, siebenmal die Tour de France gewonnen, ein extrem glorreiches und extrem großes Event, wo sehr viele finanzielle Mittel dahinterstehen und dementsprechend auch lukrativer. Das ist ein Punkt, zu dem wir dann noch zu sprechen kommen. Ja, und ich habe hier auch ein paar Wettkampfathleten mit dabei. Der Bert beispielsweise erfährt ja Mountainbike-Rennen. Da würde mich dann auch deine persönliche Erfahrung interessieren. Nicht, ob du dobst, sondern ich spreche dann nachher noch die Mülleimer-Kontrolle an und da musst du dann sagen, ob du auch schon so erfahren hast. Und für alle, die schon Wettkampferfahrung haben, würde ich mich über Inputs freuen. Da kann man mal sehen, wie weit es auch im Breitensport sozusagen verbreitet ist. So, und für alle, die bei RockTV schon mal mit dabei waren, die wissen, bevor wir über irgendwas sprechen, müssen wir das Ganze einmal definieren. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal an, was ist Doping überhaupt. Doping bedeutet, dass bei der Probe eines Athleten illegale Substanzen nachgewiesen werden oder deren Metaboliten. Metaboliten sind im Prinzip Stoffwechsel-Abbau-Produkte, die, wenn ich irgendeine verbotene Substanz nehme, die wird verstoffwechselt, dann entstehen Metaboliten, die kann ich nachweisen, also die Substanz selbst, die Metaboliten. Oder das Dritte ist im Prinzip, dass ich Marker, diverse Marker im Blut feststellen kann. Und wenn eine dieser drei Punkte zutrifft, dann kann ich dem Doping überführt werden. Aber es zählen nicht nur Substanzen selbst, das heißt, dass ich mir irgendwas spritze, irgendeine Tablette esse oder Sonstiges, sondern es zählen auch die Methoden. Und da kommen wir jetzt zu diesem Kollegen da. Der Kollege hat nicht nur was genommen, sondern er hat auch das Thema Blut-Doping mit ins Spiel gebracht. Das heißt, Methoden wie Gain-Doping, Blut-Doping, das sind Dinge, die sehr wohl auch verboten sind. Und damit man jetzt weiß, naja, was verboten ist oder was nicht, habe ich da heute einmal die ganz aktuelle Verbotsliste, Verbotsliste 2018 der NADA, die National Anti-Doping Association, mitgebracht. Die NADA ist im Prinzip unterstellt der VADA, die VADA ist die World Anti-Doping Association und die kümmern sich darum, dass Sie im Prinzip in vielen, vielen Seiten genau reinschreiben, welche Substanzen sind verboten, bzw. welche Substanzen stehen auf der Doping-Liste, welche Metaboliten, welche Blutmarker etc. und vor allem auch, welche Methoden sind verboten. Und dementsprechend, wenn irgendein Athlet auf solche Substanzen getestet wird, dann ist er dem Doping überführt. Und das Lustige ist, ich habe recherchiert, wo kommt das Wort Doping her. Da bin ich drauf gestoßen, Doping kommt von dem Wort Dope. Und Dope ist irgendein berauschender Schnaps, den man bei rituellen Handlungen verwendet hat. Und ja, und das berauschende stimmt im Prinzip. Früher beispielsweise, das gibt es ja sogar schon in der Antike, wurde gedopt. Da hat man damals mit Fliegenpilzen, mit Stierhoden und sonstigen Dingen, die man da gefuttert hat, hat man versucht, bei den Gladiatorenkämpfen damals schon die Leute zu dopen, damit man einfach noch mehr Leistung rausbringt. Weil selbst bei den Gladiatorenwettkämpfen früher war schon sehr viel Geld im Spiel. Und das ist auch ein Grund, den ich ganz zum Schluss heute hinterfragen werde. Und da würde mich auch eure Meinung interessieren. Doping, ist das gut oder schlecht? Sollte man das legalisieren? Oder sollte man dieses Versteckspiel, wie es aktuell ist, einfach weiterführen? Extrem spannendes und kontroverses Thema, da würden mich auch eure Meinungen interessieren. Und die Irene ist auch mit dabei, freut mich. Du hast ja auch, bist auch bei vielen Crossfit-Wettkämpfen unterwegs, würde mich interessieren. Ob du da auch was mitbekommst. Stichwort Mülleimerkontrolle, komme ich dann gleich noch dazu. So, das heißt, wir wissen jetzt, was Doping ist. Wenn man die Gründe hinterfragt, warum man dopt, warum man als Sport Doppler macht, und im Prinzip geht es darum, warum man als Doping macht, sorry, jetzt habe ich den Faden wieder, den roten, dass man die psychologische, sozusagen, ich habe den Ruhm, ich habe die Ehre und das Geld. Jetzt habe ich wieder den Faden, sorry. Es gibt im Prinzip drei Gründe, die psychologischen Gründe, beziehungsweise die Gründe, die uns bewegen, dass man das Doping in irgendeiner Art und Weise verwendet. Beziehungsweise, dass Menschen es verwenden, wie es zum Beispiel der Kollege da war. Und das eine ist eben das große Geld. Da kommen wir auch zu dem Thema dann die Olympischen Spiele, sprich die Themen, die da dahinter stehen. Dass einfach eine riesengroße Maschinerie dahinter steht, wo einfach die Athleten unter Druck kommen, wo es dann heißt, okay, du kannst dopen, dann bist du im Top-Sport mit dabei. Oder du kannst im Prinzip nicht dopen, dann kannst du nicht vorne mitspielen. So, der Bert schreibt dann, Ich finde es schon peinlich, wenn ich Proteinpulver nehme und nicht weiß, wie ich normales erklären soll, dass das mit Doping nichts zu tun hat. Habe ich jetzt irgendwas gesagt, dass Proteinpulver mit Doping was zu tun hat? Wenn ja, dann tut es mir leid. Aber vielleicht schreibst du mir doch rein, Bert, wie du das gemeint hast. Proteinpulver hat nichts mit Doping zu tun, sondern Doping ist das, was im Prinzip auf dieser Verbotsliste steht. Das sind zum Beispiel Anabolisteroide. Das sind einfach verbotene Substanzen, Medikamente, die man einnimmt. Und das ist dann im Prinzip, wenn ich das mache und mir das nachgewiesen wurde, dann kann man mich dem Doping überführen. Verzeihung. Ja, und Bert, warum du das jetzt irgendwie anders verstanden hast, schreib mir das kurz rein, dann kann ich das gerne noch einmal erläutern. Das heißt, zusammengefasst, Proteinpulver hat nichts mit Doping zu tun. So, dann starten wir los. Profisport. Ich habe relativ lange recherchiert und einmal geschaut, wo ist das Thema Doping im Profisport überall vorgekommen. Und ich habe konkret drei Beispiele mitgenommen, die für mich dafür stehen, wie weit dieses Thema Medikamente, Medikamentenmissbrauch im Sport verbreitet ist. Beispiel Nummer eins, die USA beispielsweise. Die spielen in vielen Sportarten, sage ich mal, eine führende Rolle, in vielen internationalen Sportarten. Und wenn man sich da einmal die Hintergründe ein bisschen anschaut, dann sieht man beispielsweise, dass im amerikanischen Sport oftmals Studenten beispielsweise als Sportler eingesetzt werden. Hat den Hintergrund, dass in den USA Studenten nicht auf Medikamentenmissbrauch beziehungsweise diesen Dunstkreis auf Dopingmittel etc. kontrolliert werden dürfen. Das heißt, da gibt es spezielle Regelungen, die die Studenten von diesen Dopingkontrollen ausnehmen. Das heißt dann, naja, ich setze primär Studenten ein, die dann mein Land in einem gewissen Sport vertreten. Und das sind halt Dinge, wo man dann sieht, okay, da arbeitet irgendwie der offizielle Gesetzgeber in diese Richtung, wo man dann sagt, okay, man versucht dieses Thema Doping, dieses Schlupfloch irgendwie trotzdem zu gewährleisten, beziehungsweise nicht zu verneinen, formulieren wir es einmal so. Punkt Nummer zwei, die Olympischen Spiele. Großer Punkt war in den letzten Jahren immer laufend Thema. Der eine oder andere kann sich erinnern, es gab es vor den letzten Jahren die Iraner, die Bulgaren, oder waren das die Rumänen, bin mir jetzt nicht sicher, und zu guter Letzt die Russen, die ein staatlich gefördertes Doping, ich formuliere es jetzt einmal so, vorgeworfen wurde, sprich, dass der Staat dahinter steht und entsprechend Doping gefördert hat. Das heißt, diese Verbände hat man dann teilweise ausgesetzt, hat man dann quasi auf die Dopingliste gesetzt und die durften dann offiziell nicht mehr bei den Olympischen Spielen antreten. Ja, und was ist dann passiert, wenn man das ein bisschen recherchiert, in den Nachrichten hat sich das Ganze dann ein bisschen verflogen, das heißt, man hat dann nicht mehr recht viel gelesen. Wenn man sich aber dann im Detail ein bisschen mit den Hintergründen beschäftigt, dann stellt man fest, dass dann diese gesperrten Vereine, also die Russen waren es zu guter Letzt, da kann sich vielleicht ein oder andere erinnern, dass dann teilweise Geldzahlungen gab, zumindest bei den Iranern war es damals der Fall, meinen Recherchen nach zufolge. Die haben dann einen gewissen Betrag, ich glaube, um 400.000 Euro gezahlt und haben sich somit von der Doping-Schuld freigekauft und konnten dann in der nächsten Saison wieder starten. Das heißt, man versucht da, oder man hat die Möglichkeit als Doping-Sünder, wenn man im Prinzip dieser Verbotsliste die Substanzen verwendet, hat man dann trotzdem die Möglichkeit, wenn man genug finanzielle Mittel hat, sich von diesem Thema freizukaufen, unter Anführungszeichen. Das heißt, ich kann dann wieder starten, obwohl ich mich dem Doping schuldig gemacht habe. Und die Dinge, die ich jetzt erzähle, das ist nur sehr, sehr oberflächlich. Wenn man da ein bisschen weiter recherchiert, wenn es euch interessiert, und ihr geht es mal ins Internet und tippt es da ein, ihr werdet sehen, da gibt es so viele Unterpunkte, da gibt es so viele Fälle, wo das so massiv kontrovers diskutiert wird. Und ja, ich fände es extrem spannend, dass man einfach sieht, was das für ein großes Spannungsfeld ist. Und wenn man sich ehrlich ist und sich anschaut, was bei den Olympischen Spielen für monetärer Hintergrund der Fall ist. Sprich, da werden Stadien gebaut, da werden riesengroße Investitionen getätigt, weil schlicht und einfach die Olympischen Spiele einen massiven Mehrwert, monetären Mehrwert bieten können. Und dementsprechend trifft es wieder die drei Punkte, Ruhm, Ehre und Geld. Die drei Gründe, warum man das Doping versucht, irgendwie zu rechtfertigen. Entweder ich bekomme großen Ruhm, ich habe eine große Ehre, oder ich bekomme viel Geld. Und da spielt eben das Thema Geld eine ganz große Rolle. Punkt Nummer drei, Tour de France. Für mich auch ein extrem spannendes Thema. Und das ist, glaube ich, damals hat dieses Thema Doping so richtigen Drive bekommen. Auch bei uns Otto-Normalverbraucher, nenne ich es einmal. Der gute Lenz Armstrong, der, ich glaube, 20 Mal verneint hat, nein, ich nehme keine Drogen, ich nehme keine Medikamente, ich nehme keine leistungssteigernden Substanzen. Und der dann eben, ich glaube, 2014 war es, oder ja, irgend so um den Dreh, und dann doch zugegeben hat, okay, ich habe diese Substanzen genommen. Und dann wurden sukzessive immer mehr Informationen bekannt. Da gibt es richtig coole Dokumentationen. Und wenn man sich einfach mal anschauen möchte, wie extrem vernetzt dieses ganze System hinter dem Lenz Armstrong war, und im Prinzip ist dann rausgekommen, dass der Großteil des amerikanischen National- oder diesen Nationalteams, oder diesen, ich weiß nicht, ob es Nationalteam war, aber das Team rund um den Lenz Armstrong, im Prinzip genau mit diesen leistungssteigernden Substanzen gearbeitet hat. Und dass da bewusst Kontrollmechanismen aus dem Weg, beziehungsweise ausgeschaltet wurden. Und dementsprechend sieht man, wie tief verwurzelt es ist. Und das Beispiel von den Russen, sprich bei den Olympischen Spielen, der Gewichtheber, da sieht man auch, das geht bis zum Start hinauf, wo im Prinzip das finanziell unterstützt wird. Das heißt, es ist nicht nur ein kleines Team, das irgendwas Schlimmes macht, oder was Verbotenes macht, sondern es geht teilweise wirklich bis zum Start hoch hinauf. Und das ist das, was mich persönlich daran interessiert. Mir geht es jetzt so nicht darum, da irgendwelche Substanzen zu nehmen, sondern einfach dieser Hintergrund ist das, was extrem spannend ist. Und ich sehe ja, wir haben da einige Sportler dabei, die Wettkämpfe machen. Schreibt es mir mal rein, was ist eure Meinung zum Thema Doping? Bekommt ihr das mit, auch in den, sag einmal breiten Sportler-Wettkämpfen? Sag einmal, wenn ich jetzt nicht über die Top-Tender-Weltmeisterschaft spreche, bekommt ihr da was mit auf der Strecke, dass da Medikamente, schmerzstillende Tabletten und so weiter. Ich werde dann gleich noch zu den Statistiken kommen, dass diese Art von Medikamenten da eingesetzt werden, selbst im Breitensport. Ich habe hier mit relativ viel Athleten Kontakt und was ich da teilweise erzählt bekomme, ist, dass teilweise bei Ortsrennen, wo ein kleiner Ort irgendwelche Radrennen veranstaltet, dass da teilweise richtig mit Medikamenten gearbeitet wurde. Und im Prinzip, wenn man sich den Breitensport anschaut, da kann es niemals um das Geld gehen. Du verdienst kein Geld, wenn du bei irgendeiner Ortsmeisterschaft ein Rennen gewinnst. Das heißt, da geht es im Prinzip primär um unsere Psyche, um unsere mentale Komponente, Ruhm und Ehre. Das heißt, ich versuche mich über irgendjemand anderen hinaufzusetzen und das ist es mir wert, dass ich dann irgendwelche Medikamente verwende. Ja, da würde mich eure Meinung dazu interessieren. So, das heißt, diese drei Beispiele, das sind für mich einmal diese, laut meiner Recherche, diese herausstechendsten Punkte, warum im Profisport gedobt wird, weil da einfach jede Menge Geld dahinter ist und die Leute im Prinzip sukzessive diese Steigerung sehen wollen. Es gibt einen Sportarzt, ich habe mir da das Zitat aufgeschrieben, und der hat gesagt, dass, wenn man jetzt alles Doping, oder formulieren wir es anders, wenn die NADA, die ja diese Dopingkontrollen durchführt, wenn die 100% Erfolg hätte, sprich der gesamte Sport ist sauber, das würde dazu führen, dass unsere sportlichen Leistungen in die 50er, 60er oder 70er Jahre zurückfallen würden. Das heißt, der sagt einfach, dass man diese ganzen Leistungssteigerungen, die man in die letzten 2, 3 Jahrzehnte hatten, dass die alle wegfallen würden. Weil einfach das Thema Doping, das Thema leistungssteigernde Substanzen in den letzten Jahrzehnten so massiv gewachsen ist und einfach so viel mehr Know-how da ist, um die Leistungen zu steigern. Er sagt beispielsweise, die unter 10 Sekunden Doping frei zu laufen auf 100 Meter wäre aus seiner Sicht nicht möglich. Ich weiß nicht, ob es so konkret ist, da habe ich zu wenig Einblick, aber es ist auf alle Fälle extrem spannend, dass man sich die Ansätze anschaut, was eigentlich wäre, wenn jede Sportart sauber wäre. Wie weit würden wir da wieder zurückfallen in unserer Geschichte des Sport und der Leistung. So, jetzt schauen wir mal an. Der liebe Bert hat geschrieben. Ich habe bis jetzt persönlich nichts mitbekommen. Ich schaue aber auch nicht so, was andere tun. Ich glaube, das ist richtig. Dann schreibt die Irene. Ich muss da ein bisschen scrollen. Ich bin da viel zu blauäigig. Ich bekomme auch nichts mit, außer vielleicht Grippetabletten, wenn jemand kränklich war. Das habe ich beobachtet. Habe aber diese Woche am Samstag den nächsten Wettkampf in Ungarn. Da schaue ich mir gleich den Mülleimer an. Guter Stichpunkt, da kommen wir jetzt gleich dazu. Wir waren jetzt gerade im Profisport, sprich da geht es darum, wo richtig viel Geld dahinter ist. Jetzt wechseln wir vom Profisport in den Breitensport. Breitensport bedeutet im Prinzip nichts anderes. Ich nenne es einmal Amateursport. Das sind die Sportler, die damit kein Geld verdienen, sondern das ist das vorher erwähnte Ortsradrennen. Das ist, obwohl es da Top-Leistungen gibt, das sind Landesmeisterschaften, Staatsmeisterschaften. Ich habe da jetzt ja auch eine Berührung bekommen oder nach wie vor Berührung mit dem Powerlifting, wo ich bis zu den Staatsmeisterschaften letztens war. Und da sieht man einfach im Prinzip die Ebenen, wo sich das herum bewegt. Aber auch wenn du bei der Staatsmeisterschaft in Österreich startest, ist das Geld niemals wirklich eine Rolle. Das sind meist Amateursportler. Das heißt, dass ein Profi in dem Bereich gibt es nicht, weil schlicht und einfach das Geld da nicht vorhanden ist. Das heißt, Breitensportler, da geht es eher um diese beiden Dinge, Ruhm und Ehre, beziehungsweise weil es einem selbst einfach massiv Spaß macht. Und ich habe da jetzt eine Statistik mitgenommen, dass man einfach einmal schaut, im Breitensport, wie sehr ist denn da das Thema Doping verbreitet. Und da habe ich verschiedene Studien zusammengesucht, beispielsweise Fußball. Fußball, da rede ich nicht nur über den Profisport, sondern auch über, wie gesagt, über den Breitensport. 14 bis 29 Prozent aller Fußballer, im Schnitt natürlich, kann bei dieser Studie raus, verwenden leistungssteigernde Substanzen. Das heißt, wenn ich sage, im Maximum 30 Prozent, jeder dritte Fußballer verwendet leistungssteigernde Substanzen. Und meine Recherche hat ergeben, dass im Profifußballbereich es keine Dopingkontrollen gibt. Wenn man die Anzahl der Dopingkontrollen vergleicht, Fußball zu Radsport, ist es ein massives Ungleichgewicht. Diese großen Geschichten rund um den Lenz Armstrong haben dazu geführt, dass der Radsport massiv die Anzahl der Dopingkontrollen gesteigert wurde. Ich habe heute gelesen, ein Fußballer, ein Weltfußballer, ein Profifußballer hat im Prinzip ein Risiko, zu einer Dopingkontrolle zu kommen, in etwa von 2 Prozent, sprich quasi nichts. Dann hat man Marathonläufer beispielsweise befragt. Sprich, direkt bei der Anmeldung, beim Check-in hat man Marathonläufer befragt, hinsichtlich Verwendung von Schmerzmitteln, hinsichtlich Verwendung von leistungssteigernden Substanzen. Und da haben über 50 Prozent, sprich mehr als jeder Zweite, hat bestätigt, dass er Schmerzmittel beim Marathon verwendet. Sprich, wenn man irgendwo einmal was knackst, was zwickt, etc., Schmerzmittel und dann funktioniert das wieder besser. Und über 50 Prozent ist schon, ich sage einmal, eine große Hausnummer. Und wenn man uns jetzt noch einmal offiziell die NADA anschaut, kann übrigens jeder nachschlagen, nada.at, die NADA sagt, dass 22 Prozent aller Männer im Breitensport und knapp 10 Prozent der Frauen leistungssteigernde Substanzen verwendet. Das heißt, jeder fünfte Mann verwendet in Österreich leistungssteigernde Substanzen. Und bei den Frauen sind es 8 Prozent, das heißt, weniger als die Hälfte. Aber immerhin, trotzdem spannende Sache. Ja, und jetzt zum zweiten Punkt, Mülleimerkontrolle. Ich habe da mit einigen Athleten von mir gesprochen, für die ich übrigens meine Händchen da ins Feuer legen will, dass die alle sauber sind. Aber ich rede trotzdem immer sehr gerne über dieses Thema, weil es einfach spannend ist, wie die Leute reagieren, was da im Hintergrund alles passiert, was man gar nicht sieht. Und da hat mir einer erzählt, wenn du bei einem Rennen, egal ob es eine Marathonee ist oder wenn es eine Crossfit-Veranstaltung ist, für dich, Irene, vielleicht, wenn du da einfach einmal in der Pause zwischen zwei Sequenzen oder wann auch immer einmal in die Mülleimer reinschaust, die im Athletenbereich sind oder rund ums Event stehen, da hat man derjenige erzählt, dass man da relativ viele Medikamente im Mülleimer drin findet, sprich, Schmerzmittel, sonstige Dinge, wo man dann einfach sieht, okay, wenn das zufällig da weggeschmissen wird, dann ist das ja einmal ein Indiz dafür, dass diese Substanzen da auch verwendet werden. Und das ist ein, ich habe es jetzt einmal Mülleimer-Kontrolle genannt, Mülleimer-Experiment, da kann man sich einfach einmal anschauen, ist das auch in dem Fall ein Thema oder bekommt man da vielleicht ein bisschen was mit. Ich bin da eher so wie der Bert und sage, ich konzentriere mich auf meine eigenen Sachen, was die anderen machen, ist im Prinzip, es bringt nichts, wenn ich mir Gedanken mache, ob die anderen jetzt was verwenden oder nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es spannend, damit man einfach auch aufgrund dieser statistischen Zahlen, die ich da gerade genannt habe, einfach einmal merkt, wie sehr das verwurzelt ist. Und nicht nur im Profisport, sondern eben auch im Breitensport. So, das war im Prinzip das Thema. Und jetzt geht es einmal ganz spannend zum Thema, wie schaut denn so eine Doping-Kontrolle aus? Und ich habe da, ich kenne ja den einen oder anderen Kaderathleten. Kader bedeutet, es ist im Prinzip das Nationalteam in Österreich. Ich rede da jetzt konkret über das Powerlifting. Ich kenne aus anderen Sportarten das genauso im Österreich-Kader. Und das kann man übrigens auch auf der NADA-Seite nachlesen, wie das funktioniert. Ihr könnt euch das so vorstellen. Wenn du ein guter Sportler bist und in Österreich im Top-Segment dabei bist, Top-Segment bedeutet wirklich die Top-Leute. Es gibt ein Top-Segment, es gibt das Basissegment. Und wenn du im Top-Segment dabei bist, sprich zu den Besten in Österreich gehörst, dann musst du entsprechende Informationen bereit geben. Das heißt, du musst der NADA entsprechende Informationen darlegen, um der NADA zu ermöglichen, dich zu jedem möglichen Zeitpunkt testen zu können. Sprich, wenn du im Top-Segment bist, musst du im Prinzip für das nächste Quartal, glaube ich, du musst für das folgende Quartal für jeden Tag angeben, wo du erreichbar bist in einer bestimmten Kernzeit. Und du musst pro Tag einen 1-Stunden-Slot angeben, wo im Prinzip die NADA vorbeischauen könnte, um dich zu kontrollieren. Das heißt, du gibst ganz genau an, wo du dich ein Quartal lange aufbewahrst. Das heißt, du kannst, glaube ich, mittlerweile geht es sogar mit App, kannst du im Prinzip deine, wenn du mal kurzfristig waren das hinfalls, das ist geplant, diese Orte ändern. Und du musst im Prinzip als Top-Segment-Athlet da massiv genau dokumentieren, damit die NADA Bescheid weiß, wo du dich unterwegs aufhältst. Und wenn es der Fall der Fälle dann kommt, und du zum Beispiel genau in diesen Testing-Slot von 13 bis 14 Uhr gesetzt hast, kann es sein, dass dann die NADA vor der Tür steht und du eine Doping-Kontrolle machen musst. Das heißt, da sieht man mal, wie hoch das rauf geht. Ich habe vorher das Beispiel von den USA erwähnt, wo im Prinzip die Ausnahme gilt, dass Studenten nicht unter Doping-Kontrollen durchgeführt werden dürfen. Das ist im Prinzip das eine Extrem. Und wenn man dann das andere Extrem anschaut, wie es in Österreich ist, das Top-Segment, das wirklich dann im Tagesverlauf angeben muss, wo sie sich befinden, beziehungsweise sogar einen 1-Stunden-Testing-Slot pro Tag angeben müssen, wo die NADA vorbeischauen könnte. Das heißt, dieses Ungleichgewicht ist wirklich extrem. Aber einfach spannend einmal zu sehen. Und dann gibt es noch das Basissegment, das sind im Prinzip Athleten, wo das Doping-Risiko ein bisschen weniger beziehungsweise geringer ist. Die müssen auch angeben, wo sie sich über den Tag verteilt aufhalten, aber eben nicht mit diesen 1-Stunden-Testing-Slot. Ich habe das jetzt sehr überblicksmäßig beschrieben. Das könnt ihr alles direkt beim Welt-Anti-Doping-Code nachlesen. Das hat übrigens die VADA geschrieben. Das ist da jetzt die deutsche Version 2015. Da kannst du auf, ich glaube in Summe sind es, ich habe da jetzt nicht alles ausgedruckt, 150 Seiten, Analyse von Proben, die Verbotsliste, Ergebnismanagement, Verstöße gegen die Anti-Doping, Doping-Nachweis. Also da steht im Prinzip alles drin. Wenn Sie das wissen wollt, wie das funktioniert, beziehungsweise wenn jemand von euch dann sagt, okay, ich möchte mal in Richtung Österreich-Kader gehen, dann sollte man sich auf alle Fälle diese Dinge anschauen. Meine persönliche Meinung ist, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil einfach, und jetzt kommen wir im Prinzip zu dem Punkt, wo ich dann sage, Doping legalisieren, da gibt es ja diese, jetzt sehe ich gerade der Bert hat noch kommentiert, schauen wir kurz, was er da noch reinschreibt. Es gibt auch virtuelles Doping mittels Computerprogrammen. Werden die gefahrenen Zeiten auf Strava verfälscht, nur damit man weiter oben ist in der Rangliste. Das ist zumindest nicht schädlich für die Gesundheit, aber bringen tut es auch nichts, wenn man sich selbst belügt. Ja, da gebe ich dir recht. Ich weiß nicht, Strava ist vermutlich, vielleicht kannst du das noch reinschreiben, Bert, Strava ist ja glaube ich eher was für einen, eben für einen Breitensport oder wird das auch im Profisport verbindet. Ist man jetzt, ich kenne das Strava, aber ich weiß jetzt nicht, in welchen Bereichen das überall eingesetzt wird. Ja, virtuelles Doping ist auch cool. Aber du hast recht, am Ende des Tages belüpfst du dich selbst. Um genau zu sein, schreibt der Josef, um genau zu sein, hat Lenz Armstrong wirklich nie Dopingkonsum geleugnet. Naja, wenn du da ein bisschen recherchierst, meine Recherchen, ich habe mir da einige Videos angeschaut, wo er mehrfach gesagt hat, dass er keine leistungssteigernden Substanzen verwendet und der Lenz Armstrong hat ja mal massive, starke, gesundheitliche Probleme gehabt und hat gesagt, ich wäre ja blöd, wenn ich solche Doping-Substanzen verwenden würde. Ich war ja krank, er hat glaube ich Krebs gehabt, eine bestimmte Krebsheit, die ich jetzt nicht weiß. Also Josef, meine Recherchen haben da was anderes ergeben. Vielleicht hat er nie genau gesagt, okay, Dopingkonsum, Punkt, Punkt, Punkt. Aber wenn du dir seine Interviews anschaust, da gibt es sogar mittlerweile eigene Seiten, die seine ganzen Aussagen zu dem Thema zusammengefasst haben und wenn du das anschaust, das ist schon sehr, ich sage mal, stichhaltiger. Aber vielleicht hast du andere Informationen, bitte sagen wir das, dann können wir gerne weiterleiten. Er hat immer gesagt, er wurde nie positiv getestet, oder? Wie gesagt, meine Recherchen haben was anderes ergeben, wenn du das anschaust, sind teilweise schlicht und einfach Lügen, die er dann nachher eben bei der Oprah Winfrey, dieses weltbekannte Interview, kann sich jeder auf YouTube anschauen, wo er dann das Ganze gelüftet hat. So, jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema und zwar, da würde mich jetzt auch eure Meinung interessieren, ausgehend von diesen Dopingfällen bei den Olympischen Spielen, sprich die Gewichtheber, das Thema mit den USA oder auch das Thema Tour de France, alles rund um den Lance Armstrong, dann gab es den Jan Ulrich noch, etc. Das sind all diese Dopingfälle, die halt auch wirklich in den Medien standen, wo halt dann die Öffentlichkeit diskutiert hat, naja, sollte man vielleicht nicht einfach das Doping legalisieren, dann würde man im Prinzip dieses Geheim verstecken, dieses Geheime hinter den Kulissen, wo im Prinzip jeder weiß, dass es getobt, dass da getobt wird, aber niemand gibt es zu, dass man das vielleicht einfach dann legalisiert, dann gibt es im Prinzip einen Bereich, wo alle stoffen können, was die Tür zulässt, oder, beziehungsweise nicht oder, sondern und, es gibt einen zweiten Bereich, wo im Prinzip alles clean abläuft. Meine persönliche Meinung ist, wenn ich das Dope legalisiere, sprich, da gibt es dann keine Kontrollen mehr, dann ist es am Ende des Tages kein Sportwettkampf mehr und der sportliche Wettkampf hat ja ursprünglich den ureigensten Sinn, dass ich die menschlichen Fähigkeiten zur Schau stelle, beziehungsweise beispielsweise beim 100-Meter-Sprint präsentiere und da verschiedene Leute untereinander antreten, dass ich im Prinzip das Maximum aus meinem Körper raushole. Wenn ich aber jetzt dope, dann gehe ich über diese natürlichen Grenzen meines Körpers hinaus. Das heißt, ich tune meinen Körper hinsichtlich einer Leistung, die ich sonst normal nie erreichen könnte. Und wenn ich Doping legalisiere, dann würde im Prinzip dieser Krieg der Chemiekeule, der würde im Prinzip nur mit dem Labor durchgeführt werden. Das heißt, der, der die bessere Apotheke hat, der, der den besseren Arzt hat, der, der das meiste Geld hat, um beispielsweise diese Themen wie Gentoping, Bluttoping zu fördern beziehungsweise weiterzuentwickeln, der wird dann auch die sportlichen Wettkämpfe gewinnen. Und am Ende des Tages, ich sage Profisport, ist in der Regel alles, was Leistungssport ist, hat ja nicht mehr den Gesundheitsgedanken, aber wenn ich dann wirklich in diesem Doping Legalisieren Bereich drinnen bin oder drinnen wäre, dann ist das Thema Gesundheit wahrscheinlich massiv abgehackt. Dann gibt es da einen Menschen, der wird mit allem vollgepumpt, was geht, mit dem Ziel, maximale Erfolge zu erzielen, maximal viel Geld zu verdienen, aber der Mensch an sich, der wird auf der Strecke bleiben, wenn der irgendwelche Probleme mit dem Herz hat, was auch immer, seine Leistungen nicht mehr bringen kann, naja, der fällt weg, dann kommt der Nächste, dann wird der Nächste gezüchtet. Also aus meiner Sicht ist das Thema Doping Legalisieren sehr, sehr kontrovers, aber aus meiner Sicht nicht zielführend. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass so wie hier bei einer Dopingkontrolle, wie man jetzt das Beispiel von der NADA angesehen hat, dass das sehr wohl wichtig ist, denn am Ende des Tages wollen wir den Sport irgendwo vergleichbar machen. Man kann jetzt natürlich das Argument reinwerfen und sagen, naja, wenn wir jetzt alle Doping sozusagen vom Markt bekommen würden, dann würden die sportlichen Leistungen stagnieren bzw. wahrscheinlich sogar zurückgehen und dann würden wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute zu den Wettkämpfen gehen, somit würde nicht mehr so viel Geld umgesetzt werden aber ich sage mal so das ist ein Argument das aus meiner Sicht nicht zielt für mich ist einfach der sportliche gedanke im vordergrund Ruhm und Ehre das ist gut wenn man versucht es zu erreichen wenn man seinen eigenen Ehrgeiz hat wenn man gegeneinander antreten kann ist gut aber man sollte am Ende des Tages mit fairen Mitteln sprechen spielen der Bert sagt wenn es legal ist dann sterben Spittenportler mit spätestens 25 Jahren und alles aus Geld geht und so weiter ja ich glaube Bert da ticken wir sehr ähnlich und ja es ist ein sehr spannendes Thema wo man diskutieren kann vielleicht haben die anderen auch noch eine Meinung dazu würde mich interessieren so jetzt schauen was ich mir noch aufgeschrieben habe genau das ist ein Punkt das was mich stört selbst an dem Thema Doping ist und das merkt man auch mit diesen drei Beispielen die ich davor genannt habe es wird nach außen hin in den Medien immer versucht alles möglichst sauber und schön darzustellen beispielsweise bei den Olympischen Spielen wenn man aber dann die Hintergründe mitbekommt beispielsweise mit den Gewichtheber Vereinen die getobt haben und dann eine große Summe Geld zahlen und vorgeheuchelte Sauberkeit vorgeheuchelter sauberer Sport und das ist das was mich ein bisschen stört beziehungsweise was einfach die Vergleichbarkeit dann schwierig macht weil einfach kleinere Nationen ich sage mal wie es wir Österreicher sind eine Mickey Mouse Nation wo einfach schlicht und einfach das Geld nicht da ist um so eine staatlich geförderte Dopingstruktur aufzubauen zumindest ist das meine persönliche Meinung ja bei den USA oder in den USA bei Russland etc schaut es wieder anders aus und ja so jetzt schauen wir mal was der Florian da schreibt freut mich dass du auch mit dabei bist das spannende ist ja auch schreibt der Florian dass sich Grenzwerte für bestimmte Parameter ob es sich um Doping handelt oder nicht auch verändern dass heutige legale Leistungen in 20 Jahren schon unter Doping fallen würden oder umgekehrt ja das ist richtig beispielsweise hat man jetzt wie gesagt wie gesagt diesen Bericht den ich da mit habe da kann man ja auch ganz unten auf der Wader Seite sich die Änderungen anschauen sprich welche Änderungen haben sich über die Jahre hinweg getan das sind beispielsweise so Dinge wie Alkohol wurde von der Dopingliste genommen dann wurde beispielsweise ich glaube in den 90er Jahren war das Koffein von der Dopingliste genommen sprich zu viel Kaffee getrunken Koffeintablette was auch immer zu hoher Koffein Gehalt im Blut ist automatisch Doping das wurde alles wieder retourniert sprich das was du ansprichst ist vollkommen okay das wird sich immer ändern und dann könnte man jetzt noch weiter diskutieren wie groß ist denn dieser politische Einfluss ob diese Parameter jetzt als legal oder nicht legal eingestuft werden ich glaube das ist einfach das Format jetzt das Falsche da kann man wirklich stundenlang diskutieren da wäre auch die Auskunft von solchen Leuten von Lance Armstrong der da einfach extrem guten Einblick bekommen hat und wie gesagt schaut euch die Dokus an von denen gibt es richtig coole Sachen und da merkt man mal wie weit das ganze verstrickt ist und welche Personen vermeintlich politische Personen die oben neutral stehen sollten da in dem ganzen Thema mit drinnen sind und ja diese Geldmaschinerie am Laufen halten für mich wirklich extrem spannend einfach zu diskutieren die Wahrheit jeder interpretiert das anders aus meiner Sicht ist es einfach so der ureigenste Gedanke vom Sport dass man sich vergleicht und einfach die menschlich die naturgegebenen menschlichen Kapazitäten versucht auszureizen da führt einfach Doping dazu dass man diese natürlichen Grenzen überschreitet und somit wird es ein Kampf der Chemiekeulen und der die bessere Kaminkeule hat der wird halt auch den Kampf gewinnen heißt aber nicht das möchte ich auch abschließend noch sagen nur weil jemand dopt heißt es nicht dass der keine sportlichen Leistungen bringt man spricht im Prinzip bei diesen Doping Themen beispielsweise bei den Anabolen Steroiden von Performance Enhancers das heißt leistungssteigernde Substanzen im Sinne von ich muss trotzdem mich gut ernähren und trotzdem entsprechend trainieren um diese Leistungen zu erhalten bestes Beispiel Bodybuilding Bodybuilding extrem faszinierende Sportart rein optische Sportart das heißt man wird nicht jetzt auf hinsichtlich an Kraftwert bewertet wie es beispielsweise beim Powerlifting ist wo es darum geht möglichst viel Gewicht aufzuheben oder zu bewegen sondern beim Bodybuilding geht es darum Muskelproportionen wie schaut das Gesamtpaket aus was natürlich zu einem großen Teil auch genetisch bedingt ist aber im Bodybuilding ist es halt so und darum ist dieser Sport auch eher verschrieben sage ich einmal beim Bodybuilding merkst du sofort hinsichtlich der Optik des Athleten ist man da eher im Dopingbereich drinnen oder eher nicht weil es natürlich optisch sichtbar ist wenn ich jetzt einen Radsportler habe dieser Kollege da war bis unter das Dach voll mit dem ganzen Zeug du hast es aber von außen nicht anerkannt weil es einfach ein Radsportler ist sicher große Oberschenkel, schmaler Oberkörper aber du siehst dem offensichtlich nicht an dass er getobt ist und das ist einfach der große Unterschied und das ist meine abschließende Anmerkung beim Bodybuilding ist es ganz offensichtlich wenn da einfach jemand mit 135 Kilo Körpergewicht aussehe als eine genetische Ausnahme der mit 135 Kilo Körpergewicht bei 5% Körperfettanteil dasteht dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass dieser Kollege nicht nur gutes Eiweißpulver hat da sind wir jetzt wieder bei der Diskussion von vorhin sondern dass einfach da zusätzlich noch mit der chemischen Keule hingegriffen wird das ist die eine Anmerkung und die zweite ist noch ich habe mich dann gefragt ist denn jemand der leistungssteigernde Substanzen verwendet automatischer Verbrecher und da bin ich der Meinung nein ist er nicht ich habe in einem Artikel eine coole Feststellung gelesen der hat im Prinzip gesagt das ist wie wenn ich ein schweres Foul begehen würde wenn ich beim Fußball ein schweres Foul begehe dann ist das im Prinzip wie das Doping das soll das jetzt absolut nicht verharmlosen aber mir hat diese Aussage irgendwie gut gefallen denn was ist wenn ich sage dieser gute Herder der Lance Armstrong dass der für 20 der